Da ging es ziemlich weit runter. Shit. Ach du Scheiße. Muss ich Angst haben? Ja, ich muss Angst haben, wenn ich mir das hier angucke. Leute, Bergkant ist einfach weg. Wir haben Bergkant verloren bei einem das Place, der nicht mal so groß ist. So und herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Leon. Mein Name ist Bergkant. Und herzlich willkommen zu einem neuen Mysteries. Ja, das erste Video im 2018. Den LeonTV-Jahres-Replay könnt ihr euch im letzten Video anschauen. Aber wir sind nicht alleine hier. Rein ins Bild. Wir haben dabei die... So, ja? Ganz genau. Und die hat uns diesen Ort gezeigt. Wir stehen vor einem ziemlich großen Turm. Und es sah schon ziemlich krass aus von außen. Es sieht aus wie so ein kleines Schloss. Genau, ja. Und wir gucken uns das mal an. Ciao. Leute, guck mal, wir haben Bergkant's Haus gefunden. Ey. Warum zeigst du dir jetzt meine Wohnung? Mann. Hallo? 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 Mama? Wann ist Essen fertig, Mann? Ne? Richtig, richtig, richtig geil aus. Ironisch gemeint. Mach den Trauber, Leute. Du hast den richtig traurig gemacht jetzt. Ja, okay. Okay, das ist... Das ist nicht mehr jugendfrei. Die Monate heißt, du kriegst kein Geld. Leute, wir haben einfach irgendwas gefunden. Das... Was ist das? Zeig mal bitte. Bah, das sieht voll eklig aus, Mann. Geh damit weg. Ey, da sind Kippen drinne. Da ist eine Kippe drinne. Das fokussiert nicht. Ach du Scheiße, what the fuck. Was ist das? Ach du Scheiße. Mir ist ehrlich unnormal schlecht. Kann ich das machen? So Leute, das Schwierigste ist jetzt erstmal einen Eingang zu finden. Weil ihr seht, das ganze Plex ist ziemlich groß. Und ja. Mal gucken. Aufpassen Schlagloch. Ja. Das ist zwar kein Schlagloch, aber... Ist okay, Leon. Ist okay. Ich sag dir, ich soll zuerst gehen. Kannst du das nochmal filmen? Sie hat gesagt, ich soll zuerst gehen. Ja, Leon. Ich kenne den Ort nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier drin sterben werde. Und sie sagt, ich soll zuerst gehen. Ja, weiß sie das? Ja, wieso? Ein Gentleman, Leon. Leute, das sieht aus wie so eine Bunker-Kellertür hier irgendwie. So ein Mien-Schacht abgeschachtelt wurde. Und du hast jetzt, ich glaube, hier oerdurch den Weg zugemacht. Das sieht wirklich so aus. Kann sein, aber die Frage ist, was das ist hier? Das ist aber auch so ein Arbeitsplatz. Angebar eine Lamp. Ich verstehe auch nicht, Leute. Wir sind jetzt hier gerade drin. Und hier ist so ein kleiner Kellerraum. Wo hier auch so eine Werkbank ist und so. Und da geht es einfach wie in so einen Mien-Schacht. Oder so. Keine Ahnung. Ich hab geschnauzt, das kriege ich gar nicht. Keine Ahnung. Dann kommt das auf YouTube. Ja, ich muss auch hier aufpassen. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Okay. Tippy, geh mal die Treppe hier hoch. Shit, ey. Das ist wirklich für so eine übelste Wendeltreppe. Ja. Warum? Da geht es ziemlich weit runter. Da geht es ziemlich weit runter. Ja. Ja. Shit. Schieses, Junge. Ich hab richtig schön nach. Okay. Ich hab richtig schön nach. Ich hab richtig schön nach. So. So. Leute, das ist hier nicht risikofrei. Also. Ich denk mal, man stirbt. Ich denk mal, man stirbt. Ganz eiskalt. Was ist das? Ach du Scheiße. Ja, da geht es runter. Das ist mega schwer. Wo hast du uns hingeführt, Julia? Nein. Ich weiß es nicht. Da war ich nicht drüber. Ey, ich wieg hier am meisten von euch. Kann das sein? Guck mal. Das heißt, ich werde als Erste sterben. Wie wiegst du denn? 70 oder nicht? Ja. Ich auch. Circa. Okay. Stimmt. Hey. Frank. Leute, Grüße gehen raus an den guten Frank. One Piece. Ist er verlieren? One Piece. Cool. Leute, guck mal, was ist das hier alles? Gibt's auch. Also eigentlich kann ich euch sagen, ich war hier nichts, weil die Tür, als ich hier war, die war zu. Ich war hier nicht direkt. Okay, what the fuck, also sie war hier und diese Tür hat zu. Sie klettert einfach. Bist du bescheuert, ey? Guck mal, hier auf dem Boden. Das ist sau ekelhaft, die liegt überall vor. Warte, bist du da hinten? Sonst führt das ein. Okay, warte. Nimm die Kamera, bitte. Alter, ich hab Angst. Ja, ich hab doch nur gesagt, das schützt wegen deinem Gewicht ein und das ist natürlich Spaß. Du fette Sau. Tschüss. Ich hab ein Video gebaut. Ehrlich? Endlich. Leute, die ich übernehmen müssen kann. Wer soll den denn bei deinem Tod erben? Deine Freundin? Bestimmt, Alter, die geht dann in los Spaces. Ich hab Angst, guck mal. Das geht schon nicht eh richtig weit runter. Und wir sind gerade erst mal auf dem Weg nach oben. Scheiße. Nach da hinten? Das Licht. Das ist aber irgendwas liegt auf dem Weg nach oben. Das ist aber irgendwas liegt auf dem Weg nach oben. Also hier muss man auf dem Weg nach oben. Das ist rot. Du musst jetzt mal etwas höher jetzt sehen. Nein, was nicht. Nein, was nicht. Mhm, ich bin keiner. Die ist weniger. Achso. Ich hasse diese Treppenhäuser, ey. Das ist so glücklich, ne? Aber die haben wir was. Oh, mach's doch mal. Das ist so glücklich. Ein Buchstaben. Ja. Mit der ist so glücklich. E, R, das war auch ein R. Noch ein E, E. So langsam kriegt man Höhenangst. Leute wir sind da, wir sind ganz oben, guckt euch das mal an, sieht mega geil aus. So Leute wir sind jetzt ganz oben und ja es war irgendwie krass, finde ich, oder? Wir bleiben jetzt auf jeden Fall ein kleines bisschen hier und man muss wirklich auch was nicht machen. Guck mal hier zum Beispiel, sind einfach diese Löcher im Boden, wo es richtig weit nach unten geht. Springt es einfach runter? Runterspringt? Ich spuck da einfach runter. Das ist Vandalismus Leute, das ist Vandalismus, guckt euch das an. Das ist, ja wie das hast du nicht. Ich guck gleich auf den Boden und ich spucke es. Ja, viel Spaß, dann müsst ihr da drauf. Ja, viel Spaß. Du bist richtig da drauf. Doch! Dann kommt es wieder hoch. Du kommst mal hier? Du kommst doch wieder hoch? Das kommt mal hier. Nein! Natürlich! Nein! Dann komm ich jetzt auch hier lang. Muss ich Angst haben? Ja, ich muss Angst haben, wenn ich mir das hier angucke. Okay, Berkant geht einfach da lang. Diese Fenster sind richtig geil. Hallo? Okay, kein Halt. Banalistin, seht ihr das? Beweis. Leute, Berkant ist einfach weg. Wir haben Berkant verloren, bei einem das Place, der nicht mal so groß ist. Scheiße. Shit. Ey, Berkant. Was hast du gemacht, ey? Ich krieg das Herz erpackt, Mann. Was denn? Dieses komische Geräusch. Was für ein Geräusch? Von oben. Wir waren doch gerade oben. Wir waren oben. Wir waren gerade da. Wir haben so gemacht. Und dann haben wir das Vogelfutter gegessen. Du, wenn du stirbst, lass dich nachts zurück. Leon, ich konnte dich einfach nicht sehen. Oh, mein Bein ist gebrochen da. Was? 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 Was zur Hölle. Und somit, meine Damen und Herren, sind wir wieder am Anfang. Und zwar, da, wo wir die Begrüßung gemacht haben. Denn das Haus von dem Turm. Er war klein, aber fein, würde ich sagen. Beziehungsweise eigentlich groß. Aber halt. War schon cool. Auf jeden Fall danke an Julia für den coolen Ort. Fällig. Ja, vielleicht seht ihr uns in Zukunft mal öfter mit ihr, wenn sie noch weitere Ort kennt. Ihr könnt auch, ihr könnt auch mit dabei sein, Leute, bei den Mysteries. Schreibt mich einfach an auf Instagram, leontv mit zwei e. Und ja, wenn ihr coole Ort kennt, können wir gerne zusammen dahin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ich hoffe, das sieht man. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich hoffe, das sieht man.